wen geht das glaube ich nicht warum er noch genau weiß ich dass wenn ich nicht schon für die kleinen sind da eben sowas stich wo geht mehr wo geht sie noch mal hoch zum treppen aus dies überall steig alter ja dort wird das so richtig bei der sich die aufgebaut die Welt hier geht's doch nicht ich bin nicht richtig aber verrecken tun die auf jeden fall aber ich weiß nicht ob die Items da sind Items ja aber bist du für den Korinnenkacker geworden das ist mein Job doch irgendwie schon was du kletterst denn hier auf den Bäume rum bist du ein Affe oder was Tatsache äh episch ja ich fahr Hunger hier gleich das ist ja schön du machst das schon vertrauen dir du musst was essen wenn du vorhungernst ja ja aber was los das hat mein Papa auch immer gesagt ja richtig ich treppe ins nichts denk ich mir auch gerade guck mal dann frisst du ja gerade so viel Speicher oder was ist gar nicht 130 mb das ist voll buggy der minecraft server ich so das Gefühl wo ist denn da Creeper da ist ein Creeper in der Luft richtig da ist ein schwarzes Schaf wie kommt das denn da unten hin? da ist auch ein Creeper irgendwo ich werde schon ein Monster voll ich mach jetzt den Gang ich brauch nämlich Stein wozu brauchst du Stein? wirst du gleich sehen gibst du mir Stein gleich? ja 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 awesome ey pass auf wir machen das ey komm komm mal mit runter komm mal mit Rufi jetzt machen wir hier Double Penetration jeder macht einen Gang klappt ja wunderbar ich bin schneller als du was soll das denn hier? das ist Matsche ne ist keine Matsche so wir gehen hier woanders hin hier da es ist ganz schön dunkel hier warum habe ich keine Fackeln? weiß ich nicht warum haben wir sowas nicht? ich mach jetzt erstmal Essen hast du Beef? ja klar ohja Chicken oder Kuh? Beef da hinter dir ja awesome viele Steine hast du? keine Ahnung ein Stack? ja machen wir ja wie viel? genug aber es geht ich fürchte wir hängen gleich mitten in der Luft ach in echt irgendwann ist der Berg hier Ende und wir sind relativ weit oben mein ich echt? ich glaube schon ja auch nicht schlecht müssen wir so mittel hoch ne? ja da ne stopp wieso? weil der Matsche kommt schon ja ist doch cool scheiße ach ist ja gleich Ende komm mal mit ich glaube das reicht schon nein ich brauch noch mehr wofür? keine Ahnung oh 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 was sag ich? ist Runa gefallen? ne äh Wasser aber das Ende ne? ne ja ja Wasser achso dann sind wir grad in unseren See oder was? ja achso so tief sind wir schon ok wo seid ihr denn eigentlich? in meiner Mine richtig weil die ist einfach mehr awesome bau dir mal Treppen hier hin und kein Geld kauf dir mal Geld du sie jetzt bei Lotto gewinnen kauf dir mal Geld boah lalalala guck mal Spong was hab ich geguckt wie lange wir schon aufnehmen ey verpiss ich da aus meinem Haus ich schwör ja ohne Scheiß verpiss ich aus meinem Haus keine Ahnung wie lange gehen wir auf weiß ich nicht ich hab die Uhr nicht gestellt ja der will jetzt hier den Tower aufdürft äh Dingsn hier was ist das mit ein Steinchen? willst du die haben oder nicht? mh ja kann ich ein äh Fleisch oder so ein Scheiß? kannst du erstmal in meinem Bett schlafen ja ja das geht noch nicht äh hm hm oh das ist ein ganz scheißer ja warte kommt noch mehr ach hier nimm den einfach gehst du in den Keller? ich mach jetzt nur in den zweiten Keller geh weg da haha sch hm 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 und ich äh baue mir erstmal noch ein Haus glaub ich wo ja oder ich brauche ich brauche einfach ja oder ich brauche noch riesencool wo gehst man mit ja ja ich brauche aber erstmal auch noch Stein und so'n Scheiß achso jetzt will er auch noch Stein haben aber wehe dein Haus wird schöner als meins geh weg da sch 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 papa muss bauen hm hm so mein Haus ist sowieso das schönste nein ich geh jetzt erstmal hier schonmal ähm Sachen farm du musst dir aber auch erstmal ne eigene Mine bauen naja noch nicht doch machst du ne 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 du benutzt nicht meine Mine lass mal ich brauche erstmal ähm ne ähm Schaffarm wieso weil ich äh ne Menge Schafwolle brauche ja dafür haben wir die Spinnenfalle gemacht Schafwolle ja gerade mal was man auf der Spinnenseide machen kann richtig die Katze komprimieren ja das wolle das wusste ich noch nicht siehste siehste mein kleiner Schwangerschaftsstreifen ja 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 ne 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 was machen deine Uploads weiß ich nicht hochladen laufen noch ja normal ne Stalker gut Hoden of Chernobyl aha hast du das schon durch? ne meine Frisse das richtige Spiel weißt du das spielt man nicht in den 2 Minuten durch so wie Minecraft ja das ist natürlich ja richtig das ist wahr ja lalalalalalalala lalalalalala ich baue jetzt grad meinen zweiten Keller cool ne Riesenkuh guckst du? ja sicher guck ich findest das geil? wo bist du eigentlich ja wo bin ich? weiß ich nicht da brennt alles ja und wo brennts? weiß ich nicht in der Hölle? ja genau da bin ich du bist jetzt runter gefallen du bist gestorben ne wie geht das denn? da werden wir sich verarschen das kann doch nicht sein dass ich hier sterbe warum bist du auf mein Tower of Love? damit ich alles hier im Überblick hab auf alles hier rechts ist ja ist schon awesome der Tower of Love ne na klar wenn ihr Schafe abfarmt ne nein dann müsst ihr die killen sonst kommen da nur noch so Krüppel hin hä? wie Krüppel? ja dann spawnen da auch nur noch so Krüppel also da sind dann schon abgefarmte Viecher warum auch immer ja ist doch gut hä? warum respawnen die dann nicht? nein dann respawnen die aber dann sind die schon abgefarmt versteh ich nicht ja dann haben die kein Fell mehr also erst abfarmen und dann töten ja sozusagen ja dann erklär das mal meiner Freundin haha oh haha echt jetzt hat es ne ja ja ich weiß schon ich weiß schon ach du hast zugeguckt als klar du weißt also bescheid ja hast du auch schon die Tür zu machen ne? meine Freundin hat jetzt übrigens geglatze echt? nein zeig mal deine Haare Schätzchen hm 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 nicht die Tür wieder auf mir ist kalt zieht stell dich so an stell dich kalt mein Scherz aber es zieht ich zähl dir gleich mal eine hm dann machst du dir schon wieder mein Haus glaubst du dich hm ja geht so ne komm mal hier rohes Fleisch soll ich mal grillen? mach mal äh ok mach ich awesome hm hm glas hast du hier hm willst du haben? was glas hab ich doch ich hab mehr bap nein doch der wird aber gewaltig groß der Keller das weißt ne wer ist groß? dein Keller der ich ich seh das doch hier schau mal ich brauch den doch mach so lange schon wieder ich bring dir dein Glas ja genau äh brauch ich sogar gleich ja siehste weil da ist ein Glaskeller hm 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 wir bauen hier genau so ein Haus drauf wie du hast da unten wir bauen dat nach hier oben auf dem Berg hm hm ne dat ist dat ist ja äh dat ist ein Unikat dat gebe ich nirgendwo zweimal doch dat bauen wir jetzt nach hier oben nein ich bau dat jetzt hier oben nach du baust gar nix nach hm doch dann brenn ich dat ab hm ich hab grad auf Stein hm egal hm dann spreng ich es hm hm das war doch lustig wenn hier oben auch genau an selber aufsteckt hm hm hör auf hm 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 da war doch auch so ein Klotz hier wo wir drauf sind in der Luft schwebt meine ich ne ja richtig da muss kein Haus drunter bauen genau hm 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 ja hm hm ja 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 echt schön jetzt so zu gucken Was hat also quasi Symmetrische?